Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ich spiele heute Team Deathmatch auf der wunderbaren Map Arcaden. Überraschen Sie mit der Hand bis Toten den Gegner mit C4. Wir spielen in einem deutschen Einkaufszentrum MP5, nämlich mit SMAW, Fingerfertigkeit Pro, Visier Pro, Stalker, Splitter und Blendgranate. Komm mit in den Rucksack. So, wir machen uns jetzt bereit und schießen gleich den ersten Gegner ab. Ja, schön wär's, dachte ich. Leider war der Gegner ein bisschen schneller. Hier haben wir ein rotes Feuer. Das ist ein taktischer Einstieg. Den nehmen wir mal schön weg. So, jetzt gehen wir durch und laden erstmal die MP5 nach. So, ich nach gleich wieder mal mit der PP ausgeschaltet, wie sich das so gehört. So, jetzt nehme ich einfach hier meine Bazooka hier, schieß nach vorne, hat keine Wirkung gezeigt. Weiter geht's. So, wir gehen lieber mal nach rechts hier, laden unsere Waffe durch hier. Ist ja schon durchgeladen. Toll. So. Erster Kill, klar gemacht. 100 Punkte, ab in den Rucksack. Wunderbar. Ja, guter Schuss. Drei Leute mit der Predator ausgeschaltet. Jetzt kommt natürlich gleich die feindliche Predator, wie sich das auch gehört. Und wir greifen von hinten an. 150 Punkte, zahltag. Ich gleich mit dem Einsattschild ausgeschaltet. Klar, konnte ich nicht sehen. So, jetzt mit der Bazooka hier. Mit der, oh, das ist die SMAW. Ja, genau. Ziel anvisieren. Schauen, wo ein Ziel ungefähr sein könnte. Und. Na ja, hätte auch klappen können. So. So, unsere Aufklärungsdrohne ist online. Nein, da oben sind die roten Punkte. Ich wurde mit einem Headshot ausgeschaltet. Weiter geht's. Wir gehen jetzt wieder in das Arkaden hinein. Schauen uns nochmal um. Gucken, ob hier nicht irgendwo einer auf dem Boden liegt. Und. Wieder mit der Sniper ausgeschaltet. So, jetzt müssen wir uns diesen Sniper-Schützen mal genauer unter die Lupe nehmen. Weil der befindet sich hier irgendwo. So. Mit dem hat er nicht gerechnet, dass ich jetzt hier gleich komme. 100 Punkte eingestrichen. Granate bringt nichts mehr. So. Explosion über Explosion. Es steht 5500 zu 6800. Und das ist die Scoreliste hier. Wow. Ein bisschen überrascht bin ich schon hier. Meine Internetverbindung ist hier sehr schlecht. Gerade mal ein Strich. Aber. Naja. Ich kann socken. MP5 mal wieder durchgeladen. Jetzt bin ich hier in den Parfüm-Schuppen. Da gehe ich lieber mal raus. Jetzt kriege ich noch Nasenkrebs. So. Runter. Oh. Das sieht nicht gut aus hier. Nochmal alles durchsuchen hier. Vielleicht ist hier ein Gegner. Ach. Da wäre einer gewesen. Niederlagepunktelimit erreicht. 6200 zu 7500 Spielbonus. Spielbonus 359 Punkte. Ja. Jetzt schauen wir uns noch das letzte Intro an. Und dann war es das. Burn, motherfucker. Ja. Das war es dann eigentlich schon wieder von eurem YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Bis zum nächsten Mal. See you later. Alle Gäter. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.